Willkommen im Schnäppchenkeller von ProfiSchnack.de Ich zeige Ihnen heute eine rote Sofa-Garnitur von KNW in Lichtenfels, Oberfranken, die etwas ganz Besonderes kann. Zuerst, die Garnitur heißt 7224, also 7224, besteht aus zwei Sofas, die ungefähr gleich groß sind, 2,40 Meter, und in einem roten, hochwertigen Flachgewebe, Schakarstoff, ein warmes Rot, ein knalliges Rot. Das ist aber nicht alles. Es handelt sich um ein Messestück. Auf Messen nimmt man ja gerne mal etwas mutigere Farben mit. Und ein Sofa von beiden hat einen sogenannten Inkliner integriert. Wenn Sie den richtigen Knopf finden, fährt automatisch eine Fußstütze raus. Nicht nur das, der ganze Sitz schiebt nach vorne. Sie können das Kopfteil manuell bedienen. Und Sie haben einen Luxussitz par excellence. Sehr aufwendig in der Technik, aber sehr, sehr entspannend und hochwertig. Beide Sitze haben das drin. Hier. Ganz einfach zu bedienen. Übrigens, wenn Sie den Rücken hoch machen, er hat eine sogenannte Überstreckung. Dann sitzen Sie jetzt eigentlich nicht so toll, weil Sie haben das zu weit vorne. Sie müssen das erst zurück machen. So ist es dann wieder praktisch und gut. Woran liegt das, wenn Sie jetzt nochmal nach vorne gehen? Sie wollen ja nicht an die Decke schauen. Okay, so ging es noch. Aber jetzt schiebt das ganze Ding nach vorne und jetzt würde ich an die Decke schauen. Dann brauche ich die sogenannte Überstreckung, damit ich in die Kiste schaue. Und ein bisschen noch was vor dem Abendschlaf mitbekomme. Ganz einfache Technik. Messestück, beide Sofas zusammen. Einmal mit Funktion, einmal ohne. Zu einem Wahnsinnskurs. Einmal bei uns, wie immer. Also, diese Funktion hat das zweite Sofa auch. Also auch hier können Sie den Kopf angehen. Die Fußstütze hat es nicht. Aber der Preis ist unglaublich attraktiv. Schnappen Sie zu, wenn Sie rot lieben, wenn Sie in kleiner lieben, wenn Sie Bequemlichkeit lieben und wenn Sie Platz haben. Dankeschön und Tschüss. Hallo.